Morgen am 4. November 2021 geht es los. Die ersten Crowdloan-Kampagnen für Polkadot starten gegen 19 Uhr. Der Andrang ist riesengroß, es ist mit dem absoluten Chaos zu rechnen und die wenigsten Leute verstehen scheinbar was abläuft und was man machen muss. Mit meiner Videoreihe seid ihr aber optimal vorbereitet und braucht nicht in Panik zu verfallen, wenn es morgen losgeht und nur wenn ihr die folgenden drei Punkte erledigt habt, seid ihr fit für die Crowdloan-Kampagnen und könnt beim Start der ersten Live-Polkadot-Projekte mitmachen. Erstens, ihr habt mindestens 5 Dot gekauft. Ihr benötigt pro Projekt, in das ihr investieren wollt, mindestens 5 Dot-Tokens. Zweitens, ihr habt euer Polkadot Wallet eingerichtet. Und es ist schon mal der erste Fail, wenn man meint, man kann auch über eine Börse teilnehmen. Nur, wer über sein eigenes Wallet mitmacht, gilt auch wirklich als Investor. Und nur für richtige Investoren gibt es bei einigen Projekten Bonus-Rewards, neben den Crowdloans, die die Börsen für euch nur zu gerne einstreichen. Und drittens, ihr habt die Dots jetzt in eurem Polkadot Wallet bereit liegen. Wer diese Schritte nicht erledigt hat, sollte schleunigst meine anderen Videos anschauen. Ich erkläre ganz genau, was man machen muss. Und in diesem Video zeige ich nun meine persönliche Strategie, wie ich mein Investment strukturiere und die ganze Sache angehe. Und der erste Schritt ist natürlich, dass man sich über die Projekte, die teilnehmen, informiert. Und ich gehe hier in diesem Video nicht auf einzelne Projekte ein. Es gibt einfach inzwischen viel zu viele. Man kann nicht auf alle eingehen. Ich möchte jetzt hier auch erstmal einfach nur, bevor es morgen losgeht, mal einen Überblick geben und den Fokus wirklich darauf legen, dass man quasi fit ist für morgen, dass man weiß, was man zu tun hat, wo man gucken muss und so weiter. Und die Einzelheiten müsst ihr natürlich selber ausarbeiten. Insbesondere, weil es ja auch eure Aufgabe als Investoren ist, ein gutes Investment selber zu identifizieren. Es ist ja sowieso für jeden unterschiedlich, was ein gutes Investment ist und so weiter. Und deshalb also natürlich ganz klar, die Devise macht euch selber schlau, bevor ihr investiert. Lest auf jeden Fall die Details durch, die Bedingungen, unter denen die Crowdloans stattfinden. Und ich werde demnächst sicher auch Einzelvideos zu einzelnen Projekten machen. Aber jetzt in diesem Video kann ich das nicht besprechen. Die Zeit wird knapp bis morgen und der Fokus liegt definitiv darauf, euch fit zu machen, euch zu zeigen, wo kriegt man die Infos her, worauf kommt es an und so weiter. Und das mache ich einfach ganz subjektiv aus meiner persönlichen Sicht. Wie gehe ich das Ganze an? Findet bitte euren eigenen Weg. Macht nicht alles nach, was ich mache. Ich mache Fehler und es kann eine ganze Menge schief gehen auf dem Weg. Deshalb also klar, ich zeige einfach, was ich tue und ihr überlegt euch selber, wie ihr die ganze Sache angeht. Hier auf der Seite parachains.info ist eine ganze Menge zu finden. Das Ganze ist absolut, finde ich, vorbildlich, übersichtlich hier gelöst. Man hat hier auf der linken Seite die News zu den Parachain Auctions. Hier kann man also wirklich nachlesen, was passiert als nächstes, wenn irgendwie neue Details rauskommen. Hier zum Beispiel bei Asta wird nochmal, also gibt es einen dreiteiligen Medium-Artikel, in dem dann quasi die Bedingungen, unter denen der Crowdloan stattfindet, erklärt werden, welche Rewards man erwarten kann, für welches Investment und wann diese Rewards dann freigeschaltet werden und so weiter. Definitiv sehr lesenswert und das Ganze gibt es natürlich für Akala, für Lit-Entry und wenn man hier weiter durchgeht, sicherlich auch für Moonbeam und so, wird man alles Mögliche finden. So, welche Projekte gibt es jetzt eigentlich überhaupt und da gibt es die Seite Auctions. Wenn man auf der Seite Auctions ist, dann sieht man hier nochmal quasi einen Überblick über die Crowdloans bei Kusama und ich hatte auch in meinem letzten Video gesagt, blendet das so ein bisschen aus, diese Rewards, die hier gezeigt werden, sind definitiv nicht übertragbar auf die Polkadot-Sachen, das ist nicht eins zu eins, dasselbe, ganz im Gegenteil, die sind sehr, sehr unterschiedlich, darauf gehe ich auch gleich an einem Beispiel ein noch, aber jetzt erstmal also dieses Ding hier ein bisschen ignorieren und dann muss man hier unten unter Polkadot eben nachschauen, wie jetzt die, welche Projekte es jetzt hier gibt und diese Liste, die hier ist, die füllt sich jetzt nach und nach über die nächste Zeit. Nicht alle Informationen sind schon bekannt, aber zum Beispiel ganz toll finde ich, dass hier Auction Details, also ein Link zu den Auction Details ist, wenn das vorhanden ist, hier kann man also direkt da reinspringen und zum Beispiel mal schauen, wie funktioniert jetzt der Crowdloan von Acala, also welche Rewards gibt es in welcher Zeit und so weiter und so weiter und hier gibt es auch zu diesen Crowdloans in der Regel einen Link, wo man dann also einsteigen kann in die Crowdloans, wenn es morgen losgeht und das gibt es hier für Astar, für Davinia und so weiter und so weiter. Also Lit Entry, Moonbeam erstaunlicherweise nicht, aber man kann ja auch selber mal ein bisschen recherchieren und man wird ja sehr schnell darauf kommen. Die allermeisten Projekte haben auf jeden Fall Medium Artikel, die quasi genau erklären, wie die Crowdloans ablaufen, welche Rewards man kriegt, was man investieren muss und so weiter, wo man investieren kann und so klar, die Projekte haben ja auch ein Interesse daran, jetzt euer Geld einzusammeln und insofern ist das hier, glaube ich, maximal kundenfreundlich oder investorenfreundlich gelöst. Das sind also die Projekte, hier stehen zehn. Wenn man jetzt noch weiter schauen möchte, es sind sicherlich mehr als zehn, die sich bewerben werden, dann kann man auch noch mal unter .marketcap.com gucken, das war genau, das ist die Seite. Hier unter Auctions, Polkadot gibt es sicherlich irgendwann auch mal ein paar Infos. Ansonsten ist hier aber eine allgemeine Info dazu und natürlich, ich hatte es auch im letzten Video gezeigt, die absolute, sagen wir mal, Referenzinformationsquelle und ich empfehle wirklich jedem da auch nachzuschauen, ist hier polkadotjs.org bei den Apps und ihr müsst dafür dieses Polkadot Wallet schon installiert haben. Ich gehe aber jetzt auch davon aus, dass ihr das schon erledigt habt. Ansonsten die anderen Videos gucken. Wenn ich also auf Polkadot bin, hier kann ich ja auch noch auf anderen Blockchains gucken, aber wenn ich hier auf Polkadot, wenn ich Polkadot eingestellt habe, dann finde ich unter Network hier die Parachains. Es gibt noch keine Parachains, logisch, weil die ja jetzt erst starten, wenn die Auktionen vorbei sind. Hier kann man sich die Auktionen angucken, dann später, wenn die ganzen losgehen und hier kann man sich die Crowdloan Kampagnen anschauen, die gestartet sind. Auch hier gibt es zur Zeit noch keine Informationen, weil es ja morgen erst losgeht. Aber das ist die Seite. Wenn ein Projekt einen Crowdloan macht, dann steht das auch hier, weil ohne dass dieses Projekt sich an das Crowdloan Modul von Polkadot andockt, kann es nicht an einem Crowdloan teilnehmen. Also das heißt, wenn das Projekt hier nicht drin steht, aber einen Crowdloan anbietet, dann müsste man nochmal prüfen, ob das tatsächlich legitim ist oder ein Scam ist. Und auch das ist etwas, was natürlich schief gehen kann, dass jetzt vermehrt eventuell Projekte angeboten werden, die angeblich einen Crowdloan machen, wo man dann irgendwie über deren Webseite einzahlt und dann ist man reingefallen, weil die Projekte gibt es in Wirklichkeit gar nicht, den Crowdloan gibt es auch gar nicht. Das heißt, wer hier nicht auftaucht, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen verdächtig. Kann sein, dass sie dann erst später einsteigen. Man muss sich das dann genauer angucken, aber investieren, einfach besser bleiben lassen, bis die Projekte hier in dieser Crowdloan Liste auftauchen. Und jetzt nochmal ein Blick auf die Termine, die ich auch in meinem vorherigen Video, in meinem Video gestern gezeigt habe, weil gestern ja die Deadline 4.11. reingekommen ist und ich das Gefühl hatte, dass in den Social Media Kanälen hier ganz viel FOMO verbreitet wurde, ganz viel Panik, dass man jetzt schon am 4.11. unbedingt am Start sein muss. Habe ich gestern also einfach mal kurz erklärt, wie sieht das jetzt wirklich aus. Also ab morgen gehen die Crowdloans los. Am 11.11. findet dann die erste Auktion statt. Und nach meinem Wissen, nach meinem Kenntnisstand, gibt es bei keinem einzigen Projekt, das hier bei der Crowdloan Kampagne mitmacht, eine Obergrenze der Investoren oder irgendwie so ein Cap, was die Anzahl der Investments angeht, sondern die Auktionen, also die Crowdloan Kampagnen bleiben offen bis zum 11.11. Bedeutet also, man kann in aller Ruhe abwarten bis zum 11.11. und irgendwann in der Zeit dazwischen dann mal sich an den Crowdloans beteiligen und seine Investments platzieren. Das mag sein, dass das ein oder andere Projekt, das ein oder andere kleinere Projekt eventuell sowas hat, also eine Obergrenze. Aber die Großen, die wahrscheinlich auch die Auktionen im ersten Batch gewinnen werden, die sind sicherlich ohne eine solche Grenze. Und deshalb ist es also möglich, bis zum 11.11. in aller Ruhe zu investieren und danach auch noch. Aber wenn man ab dem 11.11. in einen Crowdloan einzahlt, dann wird man nicht mehr für die erste Auktion, die dann losgeht und bis zum 18.11. dauert, berücksichtigt. Außer es gibt die ein oder anderen Projekte, die lassen das dann noch offen bis zum 13.11. Aber alles, was quasi nach dem 13.11. dann eingezahlt wird in die Crowdloans, wird nicht mehr in der Auktion 1 berücksichtigt. Und wenn das Projekt, in das man investiert hat, dann nicht gewinnt, also wenn es nicht die erste Auktion gewinnt, dann werden die Crowdloans übertragen in die zweite Auktion, sodass man also dann quasi mit dabei ist, wenn das Projekt, in das man investiert hat, irgendeine der nachfolgenden Auktionen gewinnt. Und nach meinem Wissen ist es auch nicht möglich, seine Crowdloans, die man einmal gegeben hat, wieder zurückzunehmen. Und deshalb ist es auch durchaus ratsam, jetzt nicht morgen schon sofort alles einzuzahlen, sondern in aller Ruhe sich das anzugucken, sich zu informieren. Es ist auch ganz gut, ein bisschen abzuwarten, weil ja nach und nach Informationen kommen. Auch auf YouTube wird es ja Leute geben, die Videos machen, die das Ganze auch ein bisschen bewerten. Und schaut euch das einfach in aller Ruhe an, macht euch irgendwie ein Bild und investiert dann da, wo ihr euch wohlfühlt beim Investieren. Und jetzt möchte ich ganz gerne als nächstes mal quasi darauf eingehen, wie ist jetzt der Zeitplan dieser Auktionen, was passiert wann insgesamt, also im ersten Batch und im zweiten Batch. Und dann sind wir, glaube ich, soweit, dass wir auch mal ein bisschen über Strategie sprechen können. Die Auktionstermine für den Batch 1, also für die ersten fünf Auktionen, sehen folgendermaßen aus. Also es geht los am 11.11.2021. Und ihr habt ja jetzt in dem vorherigen Video und auch in der Grafik vorher gesehen, eine Auktion dauert immer genau eine Woche. Zumindest im Batch 1, also eine Woche läuft die. Und dann, wenn die eine Woche rum ist, geht direkt die nächste Auktion los. Das heißt also, die Auktion 2 ist am 8.11. Die dritte Auktion ist am 25.11. Die darauf folgende Auktion ist am 2.12. und dann ist die letzte Auktion am 9.12. Wir haben also jetzt erst mal fünf Wochen bis fast Mitte Dezember, denn ja die Auktion Nummer 5 geht ja dann noch bis zum 16.12. eine Woche. Wir haben also bis Mitte Dezember hier Auktionen. Und dadurch, dass also die Auktionen eine Woche laufen, hat man auch echt richtig viel Zeit, sich jetzt vor jeder Auktion in aller Ruhe schlau zu machen, ist die Frage, ob man da nicht irgendwann die Lust verliert und so. Finde ich auch irgendwie ganz normal und ganz natürlich, dass man also jetzt irgendwann sich überlegt, was man, wo man bieten möchte und dann ist das irgendwie auch erledigt so. Ich rechne ein bisschen damit, dass also die mindestens mal die ersten drei bis vier Auktionen irgendwo mehr oder weniger, dass die Gewinner da mehr oder weniger feststehen und zwar jetzt, ich sag jetzt nicht in der Reihenfolge feststehen, also ich weiß jetzt nicht, wer wird die erste, die zweite, die dritte, vierte Auktion gewinnen, aber es gibt einfach Projekte, die ein unglaublich großes Interesse hervorrufen aus ganz unterschiedlichen Gründen, unter anderem zum Beispiel, also hier sind die Projekte, von denen ich glaube, dass die hier in den ersten drei, vier Auktionen, fünf Auktionen das Rennen machen werden, wobei je weiter wir nach hinten kommen, desto unklarer wird das Ganze. Also es geht um Acala. Acala ist so ein DeFi-Projekt, das ist auf Kusama das erste gewesen und zwar hieß das da Karura, ist aber identisch, mehr oder weniger identisch zu Acala, hat die allererste Parachain-Auctions überhaupt im Polkadot-Ökosystem gewonnen und zwar auf Kusama im Juni war es glaube ich, war also Karura, war also das erste Projekt, das jemals eine Parachain-Auction gewonnen hat und entsprechend groß ist das Interesse an Acala, das ist eben dasselbe Projekt von dem selben Team mehr oder weniger, das jetzt also auf Polkadot starten soll, ist so ein DeFi-Hub, so eine Idee dahinter, man kann sich das Ganze schon mal angucken, auf bei Karura, auf Kusama ist wirklich ganz spannend, weil es ist so nach meinem Gefühl so ein DeFi-Projekt, das sehr, also sehr behutsam vorgeht, ist nicht mit unheimlich vielen Features am Anfang punktet, aber jetzt nach und nach immer mehr hinzukommt und die Features, die hier also spannend sind bei Karura, die werden natürlich auf Acala auch laufen. Unter anderem gibt es bei Acala eine Sache, die man sich vielleicht mal angucken könnte, es gibt die Möglichkeit bei Acala quasi eine, seine gestaken, also nicht gestaken, sondern seine in den Crowdloan eingezahlten Tokens zu beleihen durch zum Beispiel Stablecoins, also das Ganze läuft so, ich investiere in den Acala Crowdloan, bekomme dafür dann entsprechende Gegenstücke an Tokens, also das sind dann so V-Dots oder sowas, ich tue meinen einen Dot rein und bekomme einen V-Dot oder ähnlich wie das heißt und diesen kann ich dann beleihen mit Stablecoins von Acala auch, die dann von Acala rausgegeben werden und im DeFi-Bereich kann ich natürlich diese Stablecoins dann wieder umtauschen in irgendwas anderes, unter anderem zum Beispiel in Dots, ist ja auch eine Idee, dann hätte ich wieder ein paar Dots und mit den Dots kann ich dann am nächsten Crowdloan teilnehmen. Ist eine ganz abgefahrene Sache, ich persönlich mache das nicht, weil mir das letztendlich am Ende zu kompliziert wird, denn das sind immer so Produkte, die wirken am Anfang total clever, das sieht so aus, als wenn man richtig da ein richtig gutes Schnäppchen macht und dann nach so zwei, drei Monaten fällt einem dann auf, dass das Ganze doch ein bisschen unflexibel war, dass man das Ganze doch irgendwie managen muss, eventuell wenn man zum Beispiel diese Dot-Tokens, die man da bekommt, beleiht mit Stablecoins, wenn der Kurs sich verändert, dann hat man ein Liquidierungsrisiko und so weiter, das macht alles irgendwie nur Arbeit, es kommt noch hinzu, dass man dann irgendwann zur Steuererklärung kommt und dann wird es natürlich echt kompliziert, irgendeinem Finanzbeamten in der Steuererklärung zu erklären, also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, was man denen zumutet, man erklärt erstmal so, ja ich habe jetzt bei einer Parachent-Auction mitgemacht, was ist das, das ist das und das, dann habe ich irgendwie einen Crowdloan mitgemacht und was ist ein Crowdloan, ja Crowdloan ist das und das, dann habe ich das schon mal erklärt, wahrscheinlich drei Seiten Erklärung in der Steuererklärung, also handgeschrieben oder abgetippt oder so, das muss der arme Finanzbeamte erstmal kapieren und dann erkläre ich dem, dass ich jetzt aber die Sachen beliehen habe, dass ich dafür Stablecoins bekommen habe und dass ich dann die Stablecoins wieder in Dot-Tokens umgewandelt habe, sodass ich also eigentlich im Grunde, sagen wir mal, zehn Dot-Tokens investiert habe, die sind aber gar nicht weg, sondern ich habe nochmal zehn Dot-Tokens, das kapiert kein Mensch und deshalb, also ich mache sowas wirklich absolut gar nicht, weil ich gelernt habe, dass sowas in der Praxis immer nur Probleme macht, also aber natürlich ist ja jetzt eure eigene Entscheidung, ich wollte es einfach nur sagen und ein ähnliches Projekt gibt es oder Produkt gibt es von Bifrost, könnt ihr euch dann mal selber anschauen, ich wollte es nur erwähnt haben, ich will hier nicht irgendwie so Sachen dann vorenthalten, wie ich weiß. Ja, Akala, Moonbeam, Bitcountry, Asta und Fala sind so meine Top-Favoriten, von denen ich glaube, dass sie das Rennen machen werden, ich glaube, was irgendwie ein bisschen strittig ist, ist Bitcountry, glaube ich, bin ich mir aber nicht mehr so sicher, wir wissen ja, dass der Gaming-Sektor, der also Play-to-Earn-Sektor sozusagen in den letzten Wochen, in den letzten drei Wochen tierisch abgegangen ist, ein super Interesse da ist, also Coins, die sich quasi verzehnfacht haben innerhalb von 14 Tagen und dann nochmal verzehnfacht haben in den nächsten 14 Tagen gibt es da und Bitcountry beschäftigt sich genau mit dem Bereich und ich weiß halt nicht, ob aus dieser, aus diesem Sektor irgendwie irgendetwas noch diese ganzen gesetzten Favoriten hier kapern wird, wenn dann ist es meiner Meinung nach Bitcountry, könnte aber auch was anderes sein, also wird man sehen, jedenfalls das ist so das, was in den ersten, meiner Meinung nach, also in den ersten Auktionen ablaufen wird, die sind ganz klar in den Händen der Favoriten und diese Favoriten sind die, die ich hier genannt habe, mit sicherlich gibt es ein paar andere noch, BeFrost und sowas alles, müsst ihr selber schauen, ja, wo schaut man das, das schaut man bei parachains.info, da kann man zum Beispiel nachschauen, wie viele Follower die einzelnen Projekte haben in den Social Media Kanälen, zum Beispiel Twitter oder Telegram, je mehr Follower, desto wahrscheinlicher ist natürlich, dass irgendwie die Investments hier reinfließen werden. So, was passiert dann als nächstes? Am 18.12., das ist quasi so kurz nachdem der letzte, die letzte Parachain Auction gelaufen ist, von Badge 1 gehen diese Projekte live, beziehungsweise haben die Möglichkeit live zu gehen, das heißt die Parachain, das Projekt wird dann zu einer Parachain, die wird angedockt an Polkadot und das ist der Moment, ab dem man dann auf diesen Projekten frühestens arbeiten kann, möglicherweise brauchen die Projekte ein bisschen länger, um dann ihre Sachen zu implementieren und richtig zu starten und der 18.12. ist dann eben der Termin, wo man frühestens an seine Tokens rankommt, die man also dann als Reward bekommt. So ist es zumindest in den allermeisten Fällen. Dann schauen wir uns nochmal kurz Badge 2 an, das ist ja jetzt noch sehr weit hin, das ist also, gibt es dann sechs Auktionen insgesamt, nicht mehr fünf Auktionen, sechs ist am 23.12., dann am 6.1. die nächste, am 20.1. die danach und so weiter. Ihr seht die Termine selber, muss ich ja jetzt nicht vorlesen und dann gibt es eben, gehen die Parachains, die sich daraus ergeben, ab dem 11.3. los und laufen dann, die haben ihren Slot bis zum 12.1.24 und das habe ich eben vergessen, die ersten, also die Parachains aus dem ersten Batch, die laufen bis zum 20.10.2023, also fast zwei Jahre und müssen danach eben einen neuen Parachain Slot erwerben und das wird an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls wieder über einen Crowdlohn laufen, aber das ist ja noch eine ganze Weile hin und bei Badge 2 laufen dann eben die Parachains bis zum 12.1.2024. Das Ganze findet sich auch unter parachains.info oder unter .marketcap und es gibt jetzt auch eine definitive offizielle Quelle, die ich jetzt auch noch zeige. Und zwar handelt es sich um einen Medium-Artikel von Polkadot selber, also einen offiziellen Medium-Artikel und in diesem Artikel stehen die ganzen Daten auch drin. Und zwar, wenn man weiter runter scrollt, steht hier also Batch 1 mit den ganzen Auktionsdaten und Batch 2. Link unten in der Videobeschreibung auch. So und die Frage ist jetzt, gibt es vielleicht noch einen Batch 3? Und diesen Batch 3, den hat es tatsächlich bei Kusama gegeben, wo auch ursprünglich noch nur zwei Batches geplant waren und zur Zeit läuft eben Batch 3 und das liebe ich einfach so an Polkadot. Das Ganze ist eine super demokratische Angelegenheit, dass die Community hat einen dritten Batch gewünscht. Das wurde im Proposal vorgeschlagen. Das Ganze ist abgesegnet worden, ist durchgegangen und dann gibt es eben einen dritten Batch. Es kann also sein, dass das bei Polkadot auch passiert. Ganz ausgeschlossen ist das nicht. Leider ist es jetzt bei Kusama so, dass das Ganze sich ein bisschen abnutzt und inzwischen auch tatsächlich ein bisschen Scam passiert. Hier sieht man zum Beispiel wieder ein Referendum von der Community, wo es darum geht, dass man einen der Crowdloans jetzt rückgängig macht, weil ein Projekt, nämlich Integrity, gemogelt hat. Die haben erst Rewards versprochen, dann haben die ihr ganzes Reward-Modell ein bisschen umstrukturiert und da hatten die Leute aber schon ihre Kusama-Tokens eingezahlt und kamen also jetzt nicht mehr so richtig raus aus der Nummer und das ist natürlich nicht wirklich Fair Play und deshalb wird hier zur Zeit daran gearbeitet, dass man dieses ganze Ding zurücknimmt und das ist natürlich auch echt wichtig, dass man das sich klar macht. Bei diesem ganzen Prozess kann jede Menge schief gehen und das alles findet ja wirklich zum allerersten Mal in der gesamten Geschichte statt. Das heißt, keiner weiß wirklich, wie das ausgeht. Die Sache ist ein bisschen riskant. Für meine persönliche Strategie spielt es jetzt eine große Rolle, dass es offenbar einige Projekte gibt, die schon sowas von sattelfest feststehen als Gewinner der ersten Auktionen und das sind vor allem die Projekte, die schon mal bei Kusama vorher gestartet haben, unter einem anderen Namen, also ein anderes Projekt gestartet haben und da die besten Rewards ausgezahlt haben. Klar, also alle denken jetzt natürlich, ich investiere am besten in die Projekte, die die meisten Rewards ausschütten und dadurch gibt es eben so einiges an Favoriten. Wenn man jetzt auch durch YouTube geht und sich einfach mal anschaut, was wird besprochen, welche Projekte, dann sind es in der Regel die jeweiligen Projekte, die jetzt zu den Kusama-Favoriten gehören. Also Moonriver ist Moonbeam, Sheeten ist Asta, Karura ist Akala, Bifrost ist Bifrost und Kala heißt Fala. Und das sind also die Projekte, die meisten Rewards ausgeschüttet haben und da sind natürlich jetzt alle scharf drauf. Insbesondere bei Moonriver waren diese Rewards ja sehr, sehr attraktiv. Und um jetzt einfach mal zu bewerten, welche Rolle das für die nächsten Auktionen spielt, zeige ich mal einen Vergleich zwischen Moonriver und Moonbeam. Also Moonriver ist auf Kusama gestartet und Moonbeam wird jetzt auf Polkadot starten. Moonriver gibt es also schon. Es gibt einen Token, der heißt der Mover Token und der liegt jetzt bei 380 US-Dollar und der Crowdloan von Moonriver war ja sehr, sehr erfolgreich und auch für die Investoren sehr erfolgreich und sehr lukrativ. Und Moonbeam wird jetzt also auch einen Token rausbringen und der heißt Glimmer, G-L-M-R und der Glimmer Token, der wird tatsächlich komplett anders verteilt als bei Moonriver. Das heißt also, viele denken jetzt, dass Moonriver und Moonbeam eigentlich dasselbe sind und deshalb die Rewards auch besonders, also irgendwie bei Moonbeam besonders attraktiv sind. Und das ist definitiv nicht der Fall, denn man hat bei Moonriver ganze 30 Prozent des Gesamtsupplies in den Crowdloan gesteckt. Also das heißt, die Teilnehmer des Crowdloans haben 30 Prozent aller Moonriver Tokens bekommen. Die sind verteilt worden auf die Investoren, die bei dem Crowdloan mitgemacht haben und davon wurden sofort 30 Prozent ausgezahlt, also fast ein Drittel der Tokens, die man bei Moonriver bekommen hat. Die hat man sofort zur Verfügung gehabt und kann damit jetzt auch schon arbeiten. Und die Vesting-Periode von den anderen 70 Prozent, die beträgt 48 Wochen. Das heißt also, der Rest wird jetzt über die nächsten 48 Wochen ausgezahlt oder wurde über die nächsten 48 Wochen ausgezahlt. Denn, also das Ganze ist ja im Juni gestartet und Moonriver ist glaube ich live seit Juli oder so. Jedenfalls oder August, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls also seitdem werden also nach und nach diese Rewards freigegeben und zwar über eine Dauer von 48 Wochen. So und man hat bekommen insgesamt 14 Moonriver Tokens für einen Kusama. Also ein Kusama war ja um die 400 Dollar damals, als der ganze, als die Crowdloans losgingen. Man hat also im Grunde seinen ganzen, seinen Invest verzehnfacht oder noch mehr, verzehn-, zwölffacht oder so. Das ist natürlich super und deshalb ist Moonbeam auf jeden Fall ein ganz klarer Favorit. Aber Moonbeam, das Team, das weiß das ja und diese Crowdloans sind ja letztendlich auch eine Verhandlungssituation, weil die verhandeln jetzt mit uns als Investoren. Wir sind die Investoren, die sind das Projekt, die wollen also jetzt unser Geld und wollen möglichst wenig abgeben von den Erträgen. Und dadurch, dass jetzt also der Crowdloan vorher so erfolgreich gelaufen ist mit Moonriver, gibt es ein großes Interesse. Und im Grunde ist jetzt die Situation tendenziell eher so, dass wir uns bei denen bewerben, dass wir irgendwelche Tokens von denen bekommen und nicht die bei uns. Denn es gibt einfach mehr als genug Investoren. Deshalb haben die auch jetzt im Prinzip nicht mehr ganz so viel ausgeschüttet, nämlich nur noch 10 Prozent des Gesamtsupplies. Den Rest haben dann eben Investoren, hat das Team, hat eine Treasury und so weiter. Aber es sind nur noch 10 Prozent des Gesamtsupplies, der jetzt hier irgendwie verteilt wird. Und das ist ja echt nur noch ein Drittel von dem, was vorher, was bei Moonriver war. Spielt für mich eine ganz entscheidende Rolle. Und ansonsten ist das, die Auszahlungen, die Konditionen sind ungefähr ähnlich, nämlich 30 Prozent dieser Rewards, die hier verteilt werden, die bekommt man sofort. Das ist also dann vermutlich am 18.12.2021. Und der Rest ist gewestet und wird linear freigegeben. Also es heißt, dass man im Grunde portionsweise jeden Tag oder jede Minute oder so einen Teil der restlichen 70 Prozent bekommt. Und zwar über 96 Wochen, also fast zwei Jahre. Das ist definitiv eine ganz, ganz andere Kiste, als es bei Moonriver war. Aber weil das Projekt so erfolgreich ist, können die sich das einfach leisten. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel Glimmer-Tokens bekommt man denn jetzt ab? Und das wird verteilt bei Moonbeam und bei Moonriver auf dieselbe Art und Weise, nämlich man kann so viele Dot-Tokens investieren, wie man will. Es gibt keine Obergrenze und es wird quasi anteilig je nach Investment verteilt. Also wenn ich 10 Prozent von dem Gesamtinvestment einzahlen würde, dann bekäme ich auch 10 Prozent aller Glimmer-Tokens. Und zwar 10 Prozent von 10 Prozent vom Gesamtsupply. Die wären dann mir aber 10 Prozent von dem gesamten Investment. Das werde ich persönlich nicht aufbringen können. Naja, wie auch immer. Jedenfalls das Ganze läuft pro Rata. Also das heißt, wer 10, wer 1 Prozent investiert, bekommt auch 1 Prozent der Tokens, die hier verteilt werden. Und zwar 1 Prozent von den 10 Prozent. Wie sieht jetzt mein Playbook für die Crowdloans ganz konkret aus? Ich habe beschlossen, in das erste Badge der Auktionen 100 Dot-Tokens mit diesem Kanal zu investieren. Und ich sage ganz klar, also bei diesem Investment geht es mir jetzt nicht so sehr darum, meine Gewinnstrategie hier zu optimieren, sondern für mich steht im Vordergrund, euch hier gut zu informieren und euch gut vorzubereiten. Das ist natürlich als Investment ein kompletter Unterschied. Das Ganze hat eine andere Priorität und ein richtiges Investment sieht auch anders aus, als das, was ich jetzt hier mache. Aber ich glaube, so ein bisschen kann man sich an der Strategie orientieren. Oder wenn ihr eine bessere habt, ist es natürlich total okay. Geht eure eigenen Wege, macht euch selber schlau. Es ist euer eigenes Risiko bei den Sachen. Also ich werde wahrscheinlich mit diesem Kanal an Batch 2 nicht mehr teilnehmen, weil das Ganze redundant ist. Was soll ich denselben Kram dann in zwei Monaten oder in sechs Wochen oder so nochmal erzählen? Deshalb also Batch 1 100 Dot Tokens. Dann werde ich aber 25 Prozent von diesen Dot Tokens einfach hodeln, weil ich möchte ein bisschen flexibel sein, wenn es darum geht, wie entwickelt sich der Dot Token. Ich hatte dazu ja gestern im Video schon einiges gesagt. Ich rechne damit, dass der Dot Token steigen wird über die nächsten zwei Jahre. Ich möchte ein bisschen flexibel sein, behalte 25 Prozent, möchte auch so ein bisschen was in der Hinterhand behalten, um eventuell doch bei Batch 2 mitzumachen, wenn sich irgendwas Spannendes, Neues ergibt, was ich jetzt hier in diesem Kanal mit euch teilen möchte. Dann habe ich da irgendwie noch ein bisschen was in Reserve. Also 75 Prozent, 75 Dots fließen in die Crowdloans. Ich habe die Crowdloans aufgeteilt in drei Phasen und zwar ist das die erste Phase, die jetzt ja morgen losgeht. 4.11. bis 9.11. habe ich das gemacht. Nicht 11.11. erkläre ich gleich warum. Das ist quasi die Phase, wo jetzt nur die Crowdloans sind und die Crowdloans, das heißt also die Auktionen gehen noch nicht los. Und dann gibt es die erste Phase, das sind Auktionen 1 bis 3. Dann gibt es die zweite Phase, das ist Auktionen 4 bis 5. Warum habe ich das so aufgeteilt? Ganz einfach, ich glaube, dass die ersten, die Gewinner der ersten drei Auktionen ziemlich sicher feststehen. Das hatte ich ja eben erklärt. Und das ist für mich etwas anderes als dann nach hinten raus, wo es dann etwas spannender wird zur Auktion 4 und 5, wo die Gewinner eventuell noch nicht so ganz feststehen. So was mache ich jetzt? Also in der ersten Phase bis zum 9.11. nichts. Ich mache nichts. Ich werde einfach abwarten und mir das Ganze mal anschauen. Ich werde ein bisschen die YouTube-Videos von anderen Leuten gucken. Ich werde mir quasi die Reward-Struktur noch mal anschauen, ein bisschen in die anderen Social-Media-Kanäle reinhören, unter anderem auch mal in die Telegram und Discords von den einzelnen Projekten reinschauen, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was da läuft. Außerdem natürlich in die aktuelle Tabelle schauen, wer jetzt also was, wie viel geboten hat, wer da vorne liegt. Das ist auch ganz wichtig. Und zwar bis zum 9.11., also bis kurz bevor die Auktionen losgehen, werde ich da einfach nur abwarten und nichts tun und dann mich für die jeweiligen Gewinner entscheiden. Warum mache ich das? Weil klar, also wenn in den ersten drei Auktionen die Gewinner schon mehr oder weniger feststehen, dann ist es auch sinnvoll da zu investieren. Denn wenn ich jetzt quasi klare Verlierer aussuche und wenn die Gewinner feststehen, dann sind ja alle anderen klare Verlierer. Also werde ich im Grunde, wenn ich jetzt in so einen klaren Verlierer der ersten drei Auktionen investiere, bekomme ich einfach nur meine Dot-Token zurück. Und das ist ja natürlich überhaupt nicht Sinn dieses ganzen Investments. Ich möchte meine Dot-Tokens ja investieren, sonst kann ich mir diesen ganzen Aufwand mit den Crowdloans komplett sparen. So, deshalb schaue ich mir also einfach mal an, wer da vorne liegt. Und wenn es einen super klaren Favoriten gibt, der sagen wir mal 15 Mal mehr eingesammelt hat als die anderen, dann werde ich auf den setzen, werde ich also meine ersten zehn Dot-Tokens in diesen Crowdloan investieren. Und wenn das unklar ist und sagen wir mal zwei oder drei Favoriten existieren, dann werde ich eben von den Favoriten mir drei aussuchen und jeweils zehn Dot-Tokens am Anfang schon reinstecken in die Crowdloans. Weil dann ist klar, einer von den dreien wird wahrscheinlich die erste Auktion gewinnen und die anderen werden dann die zweite und dritte Auktion gewinnen. Womöglich gibt es dann da Überraschungen und so weiter. Aber damit habe ich quasi meine Chancen, dass ich bei den ersten Auktionen im Grunde also Rewards bekomme, schon irgendwie quasi optimiert. Und in der letzten Phase geht es jetzt darum, da wird ja eventuell irgendwas übrig bleiben. Deshalb habe ich hier 50 Prozent geschrieben. Denn es kann ja sein, dass ich nicht die Gewinner treffe. Dann wird ja irgendetwas übertragen und dann also werde ich irgendwie die 50 Prozent vom Rest der Tokens in so genannte, so nenne ich das mal Wunschprojekte investieren. Und das mache ich, weil ich glaube als Kryptoinvestor, ich glaube daran, dass man im Grunde nur erfolgreich ist, wenn man in Projekte investiert, von denen man überzeugt ist, die man gerne mitmacht, bei denen man am Ball bleibt, bei denen man sich investiert. Und nur dann schafft man es, das volle Potenzial auszuschöpfen, weil sonst, wenn man das nur wegen der Kohle macht, steigt man beim ersten 2x oder 3x oder so aus, weil man denkt, hey, besser wird's nicht. Während man von einem Projekt überzeugt ist, dann bleibt man quasi dabei, bis das volle Kurspotenzial ausgeschöpft ist. Und ich glaube, das deckt sich auch mit der Strategie von vielen, vielen anderen Kryptoinvestoren. Einfach Conviction ist das Wichtigste. Man muss von den Projekten, in die man investiert, überzeugt sein, damit man lang genug dabei bleibt, weil der Kryptomarkt ist eine Achterbahnfahrt, es geht rauf und runter andauernd. Und wenn man jedes Mal, wenn es rauf geht, verkauft, dann verpasst man einfach den nächsten Bullrun, weil man zu früh ausgestiegen ist. Diese Idee, dass man immer am Top verkauft und dann irgendwie am Bottom wieder einkauft, die funktioniert in der Regel nicht. Und deshalb investiere ich eigentlich nur in Wunschprojekte. Jetzt ist bei Polkadot eigentlich so ziemlich jedes Projekt irgendwie ein Wunschprojekt, glaube ich zumindest. Und deshalb habe ich bei den Gewinnern, auf die ich setze, auch ein gutes Gefühl. Und es kommt noch hinzu, dass ich überzeugt davon bin, dass diejenigen, die bei diesen Paratrain Auctions jetzt mitmachen, dass die auch später in irgendeiner Form weiter belohnt werden, zum Beispiel durch Airdrops und ähnliches, wenn auf den Projekten dann irgendwelche anderen Sachen weiterentwickelt werden und so. Also es ist nicht garantiert. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass ich davon weiß oder da Informationen habe. Aber ich bin überzeugt davon, dass bei einigen der Projekte, in die man investiert, dann eben, dass es dann irgendwie weitergeht und dass man als Early Adapter, als Early Investor irgendwie einen Vorteil hat gegenüber den anderen, die dann erst später kommen. Also deshalb suche ich mir Wunschprojekte aus. Zwei Wunschprojekte werde ich dann festlegen. So und jetzt erzähle ich noch, welche Projekte meine ich also jetzt zum aktuellen Stand und das wird sich natürlich noch komplett ändern. Zum einen haben wir hier Akala, Moonbeam, Asta, Fala. Davon bin ich überzeugt, dass die das Rennen machen werden bei den Auktionen 1 bis 3. Zumindest zwei davon bin ich sehr sicher, Akala und Moonbeam. Bei den anderen wird man sehen. Ich glaube, es wird Asta, aber ich schaue mir das Ganze einfach in aller Ruhe an, während die Auktionen laufen. Und meine Wunschprojekte, auf die ich Bock habe, das ist BitCountry und Bifrost. Bifrost ist ein DeFi-Projekt, das ich sehr spannend finde. Die haben einfach echt richtig clevere, coole Ideen, die laufen schon auf Kusama. Und da habe ich also richtig Lust drauf, irgendwie da mitzumachen bei Bifrost. Das werde ich selber benutzen. Da mache ich mit Sicherheit auch Videos drüber. Und BitCountry, klar, also der Gaming-Bereich. Ich bin selber irgendwie auch Gamer und ich finde BitCountry irgendwie ein lustiges Projekt. Da geht es darum, dass also Metaverse, jeder kann ein eigenes Metaverse erschaffen. Das heißt, und zwar auch mit sehr einfachen Mitteln. Denkbar wäre also ein Livestream zu irgendeinem Game und statt eines Chats hat man dann eben Metaverse, wo die Leute irgendwie dann mit ihren Avataren rumlaufen können. Man kann als Influencer oder so kann man dann auch Items verkaufen an die Fans. Also man kann im Grunde die Fangemeinde belohnen für, sagen wir mal, gute Kommentare, irgendwelche Aktionen, Beiträge und so weiter. Finde ich eigentlich total spannend. Ich weiß selber nicht, ob ich das benutzen werde, aber ich werde sicherlich bei einigen, in einigen Metaverses dann irgendwie mal rumhängen und mir das Ganze anschauen. Ich möchte auch ganz gerne sowieso das ganze Portfolio ein bisschen diversifizieren. Ihr wisst ja, ich mache jede Menge DeFi, aber ich bin, ich finde andere Bereiche auch total spannend. NFT-Bereich und diese ganzen Play-to-Earn-Sachen, die jetzt gerade laufen, finde ich auch spannend. Also ich würde mich total freuen, wenn BitCountry es irgendwie schaffen würde, eine Power-Chain zu ergattern und da möchte ich ganz gerne mithelfen, indem ich hier investiere. Das sind also meine, das ist also jetzt meine Strategie, wie ich die ganze Sache angehen werde und ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben würdet, wie ihr das Ganze angeht. Ihr habt vielleicht bessere Ideen als ich und dann freue ich mich, wenn ich mir da Anregungen hole. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Video, wenn ich es mir anders überlege und so weiter. Was ich jetzt ganz gerne auf jeden Fall noch zeigen würde, ist, wie investiere ich jetzt ganz konkret in einen Crowdloan und das zeige ich jetzt am Beispiel von Kusama, weil ich habe ja gerade gesagt, es laufen noch Crowdloan-Kampagnen. Warum nicht einfach mal in eine Crowdloan-Kampagne bei Kusama investieren und mal schauen, wie das Ganze läuft. Dann lässt sich das später übertragen auf Polkadot. Ich bin hier jetzt erstmal bei Asta, weil ich zeigen möchte, dass also quasi alle Projekte ein eigenes Tool haben, mit dem man an einem Crowdloan teilnehmen kann. Bei Asta sieht das, wird das Ganze so aussehen, das ist noch nicht live. Das ist also so eine Oberfläche, die findet man mit Sicherheit bei denen auf der Homepage dann, wenn das alles losgeht. Und hier kann man quasi mit seinem Polkadot.js Wallet, das man ja hier dann eingerichtet hat, quasi eine Verbindung zu dieser Webseite herstellen. Dann wird einem hier die Polkadot-Adresse angezeigt. Dann kann man, also sieht man hier, wie viele Dot-Tokens man insgesamt hat. Der Kollege hier hat um die 1000 Dot-Tokens und davon kann er dann eben fünf oder eine bestimmte Zahl, die er sich aussucht, hier irgendwie eintragen. Also die Zahl, die man investieren möchte. Und dann gibt es hier noch eine Referral-Adress, die, und das ist halt so etwas, warum es sich auch ein bisschen empfiehlt, über diese Webseiten zu gehen. Das ist also, wenn man im Grunde diese ganze Sache freuen, weiter empfiehlt und dann irgendwie einen Bonus kriegen möchte und so weiter. Das läuft definitiv nur über die Webseiten der Anbieter. Andere Bonus-Sachen, andere Reward-Strukturen und so, die die sich da ausdenken, das läuft immer nur über die Webseite der Anbieter. Aber es gibt eben auch ein ganz allgemeines Tool, mit dem man teilnehmen kann. Und das zeige ich jetzt am Beispiel von Kusama und ihr müsst das jetzt übertragen auf Polkadot, wenn es dann losgeht. Ich bin jetzt hier auf der Seite polkadotjs.org und hier kann ich über die Apps auch an den Crowdloans teilnehmen. Die Crowdloans laufen ja als ein Modul auf der Relay-Chain bei Polkadot und das heißt, man kann auch direkt über die Relay-Chain an den Crowdloans teilnehmen, direkt mit seinem Wallet. Man muss nicht über die Seiten der Anbieter gehen. Das hat ein bisschen hier den Vorteil, dass alles übersichtlich untereinander steht, während man sich, wenn man, also bei den Anbieterseiten muss man halt auf jede Seite einzeln gehen, sich da durchklicken, die entsprechenden Stellen finden. Aber der Vorteil von der Methode ist, dass man eventuell von Bonus-Rewards profitiert, wenn man direkt über die Seiten geht. Also, wenn man aber jetzt alles als Überblick haben will und auch mal nachschauen möchte, wie steht es um die Crowdloans, dann geht das hier über die Apps unter anderem. Dann bin ich quasi wahrscheinlich bei euch erstmal hier auf Polkadot und dann kann ich das hier umstellen über Kusama, dann hier auf Kusama und dann Switch und dann lande ich quasi bei Kusama und bei Kusama kann man dann unter Network Parachains diese Seite hier aufrufen. Dann muss man noch auf Crowdloan klicken und dann ist man auf der Crowdloan Seite von Kusama und hier sieht man, hier laufen zurzeit noch mehrere Crowdloan Kampagnen für die 13. Parachain Auction. Wenn man sich das Ganze hier genauer anschaut, dann sieht man, dass also hier BitCountry Pioneer, also das ist quasi so eine Vorab-Version von BitCountry, ganz vorne liegt. Zumindest glaube ich das, wenn ich mir die Zahlen hier angucke. 128.000, 28.000, ja genau, also stimmt das? Ja, genau, also 128.000 sind hier, das liegt vorne und da ich ja eh Bock hatte in BitCountry zu investieren. Warum nicht in die Kusama-Version davon mal investieren und das mache ich hier, indem ich auf Contribute klicke und dann kann ich hier also im Prinzip mir aussuchen, wie viel ich hier investieren möchte und ich investiere jetzt hier mal sagen wir zwei Kusama und dann gehe ich hier auf Contribute und dann wird mir hier nochmal eine Zusammenfassung angezeigt. Ich klicke auf Sign, dann muss ich das Ganze in meinem Browser, in meinem Browser-Wallet, in meinem Wallet unterschreiben, indem ich mein Passwort eingebe. Ich kann hier noch festlegen, dass das Passwort hier für 15 Minuten gespeichert bleiben soll, damit ich das nicht jedes Mal eingeben muss. Das mache ich jetzt. Dann unterschreibe ich diese Transaktion und dann bin ich also quasi hier in diesem Crowdloan drin und das sehe ich auch daran, dass hier unter My Contributions jetzt also meine zwei KSM gelistet sind und man sieht hier übrigens auch noch das alte Investment aus meinem Video von Juno. Da habe ich zwei KSM in Karura investiert und an dem Punkt müsste man eigentlich irgendwann nochmal weitermachen und mal gucken, was aus den zwei KSM bei Karura geworden ist, ist was fürs nächste Video oder für eins der nächsten Videos. Schauen wir einfach mal, wie es da weitergeht. Also so kann man hier dann ab morgen teilnehmen, wenn man Lust hat. Das Ganze jetzt auf Kusama mit KSM und ihr müsst das übertragen auf Polkadot mit den DOT-Tokens. So und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Glück und ganz viel Erfolg bei den Crowdloan-Kampagnen, die morgen losgehen. Ich bin absolut überzeugt, dass ihr jetzt fit seid und optimal vorbereitet seid und einige spannende Rewards abstauben könnt. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich werde das Tutorial jetzt hier an der Stelle beenden. Es wird aber weitere Polkadot-Videos von mir geben. Natürlich, ich mache jetzt einfach in einer anderen Form weiter, weil wir sind jetzt hier im Tutorial natürlich am Ziel. Mehr gibt es eigentlich nicht zu besprechen und ich gehe jetzt in den nächsten Videos einfach mal auf die aktuellen Entwicklungen ein. Ich werde ein bisschen was erzählen über meine Investments, wie ich das Ganze so empfunden habe. Sicher auch einzelne Projekte vorstellen und das ist aber nicht mehr Teil eines Tutorials, sondern das ist irgendwie eine andere Sache. So, also ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die vielen tollen Kommentare, die ich von euch bekommen habe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Motivation ist. Für solche Videos, ihr seht es vielleicht rechts oben, wird ja immer die Uhrzeit eingeblendet von, das ist quasi die Echtzeit, in der ich diese Videos aufnehme und wenn man mal vergleicht vom Anfang des Videos bis zum Ende, es vergehen Stunden, es dauert stundenlang, bis man so etwas irgendwie vernünftig im Kasten hat und dann geht ja erst das ganze schneiden, editieren und so weiter los, das veröffentlichen. Es ist tierisch viel Arbeit und es macht richtig viel Spaß, vor allem, weil diese ganz, ganz tollen Kommentare da sind. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich darauf, wenn es dann jetzt in ein paar Tagen mit Polkadot weitergeht. Ich bin echt mal gespannt, wie diese Parachain-Auctions laufen, wie die Crowdloans laufen, was uns da erwartet. Ich freue mich darauf, das mit euch gemeinsam zu machen. Bis dahin, alles Gute, Tschüss! Tschüss! Tschüss!